Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Sprengstofffund in Chemnitz ist der Hauptverdächtige noch immer auf der Flucht. Bundesweit wird derzeit nach dem 22-jährigen Syrer gesucht. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Der Mann wird verdächtigt, einen Bombenanschlag geplant zu haben. Bei einer Antiterror-Razzia in Chemnitz hatte eine Spezialeinheit der Polizei gestern hochexplosiven Sprengstoff in einer Wohnung gefunden. Zwei mögliche Komplizen des Gesuchten sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Im UN-Sicherheitsrat sind am Abend zwei Resolutionen für eine Waffenruhe in Syrien gescheitert. Russland blockierte einen von Frankreich und Spanien eingebrachten Entwurf mit seinem Veto. Er sah auch ein Ende der Luftangriffe auf Aleppo vor. Russlands Gegenvorschlag für eine Feuerpause, allerdings ohne Erwähnung der Luftangriffe, wurde anschließend mit großer Mehrheit abgelehnt. Ungeachtet der Diskussion über frauenfeindliche Äußerungen tritt US-Präsidentschaftskandidat Trump in der kommenden Nacht zur zweiten TV-Debatte mit Hillary Clinton an. Der Kandidat der US-Republikaner lehnte am Abend einen Rücktritt ab. Trump traf sich mit Spitzenvertretern der Republikanischen Partei. Der frühere New Yorker Bürgermeister Gugliani erklärte nach dem Treffen, Trump bleibe im Rennen um das Weiße Haus. Im Südosten der USA hat der Hurricane Matthew schwere Überschwemmungen ausgelöst. Mehr als zwei Millionen Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Medienberichten zufolge starben mindestens zehn Menschen. In Haiti wurde eine dreitägige Staatstraue angeordnet. Dort waren nach offiziellen Angaben mehr als 330 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Dörfer wurden komplett zerstört. Es wird eine Cholera-Epidemie befürchtet. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der WM-Qualifikation ungeschlagen. Das Team vom Bundestrainer Löw gewann am Abend in Hamburg mit 3 zu 0 gegen Tschechien. In der Tabelle führt Deutschland punktgleich mit Aserbaidschan. Am Dienstag trifft die deutsche Mannschaft in Hannover auf Nordirland. Und hier noch die Wetteraussichten. Im Norden und Osten heute oft stark bewölkt und ab und zu Regen. Sonst meist dichte Wolken mit gelegentlichen Auflockerungen. Dazu örtlich Schauer. 7 bis 14 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. , bis nachWithoutij. Sempre Fitness, 20 автоматели. Ich wünsche Ihnen heiße 뿐만,